Musik Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ich bin jetzt nochmal zurück an dem Lager von Rolands gelaufen. Den habe ich aber glaube ich nicht getötet, nein, ich wüsste das jetzt nicht. Jedenfalls, genau, also ich bin jetzt erstmal hier wieder zurückgelaufen und wenn ich jetzt nochmal ins Inventar gehe und nochmal auf die Karte von Roland gucke, von Roland Orks, dann ist es ja eigentlich, also hier ist das Lager, hier bin ich jetzt sozusagen, dann ist das hier entweder der Weg oder der See, der hier entlang geht und ich muss einfach den nur runterlaufen. Ja, und dann an irgendein Stein-Dings vorbei und dann halt an, an diesen, an diesem, an dieser Ruine, die wiederum finde ich, ähm, jetzt gehen wir mal auf die Karte, ähm, jetzt zoome ich das mal ran, äh, das hier sein könnte, oder? Also ich müsste jetzt theoretisch, kann ich jetzt noch weiter zoomen? Ah, okay, also ich laufe jetzt hier eigentlich nur den Weg hier runter, irgendwie so, dann an, ne, und dann ist ja hier noch irgendwie eine Prüfung Merlins und hier ist noch ein, ein, eine Flohrflamme. Vermutlich muss ich hier irgendwo hin. Ich versuche es einfach, ja, ich, ich versuche es jetzt, denn sonst, wenn ich das nicht mache, nicht demnächst, dann, ähm, weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin muss, ne, also ich versuche das jetzt irgendwie hinzubekommen. Also hier ist der See, da ist Merlins Prüfung, so, bloß jetzt nicht vom Weg so weit, ah, das ist das erste Symbol auf der Karte, dann weiter zum krummen Baum. Ja, okay, jetzt sagt die mir auch tatsächlich etwas an, nicht schlecht, Herr Specht. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Da ist Merlins Prüfung. Die machen wir auf jeden Fall auch noch, aber zuerst machen wir die Quest, ja? So, wieder ein paar Mondsteine. Welche Felsformation meinte sie eigentlich? Ach, die da. Das sind doch ein paar Eier. Okay, gut. Dann sind wir jetzt auf dem richtigen Weg, denn dann sagt sie auch immer irgendetwas dazu. Ist hier was zum Einsammeln? Wer hätte das gedacht? So, dann laufen wir jetzt weiter. Einfach den Weg entlang. Äh, nein, ich laufe geradeaus. Was ist denn da drüben? Was ist denn da drüben? Ja. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ein krummer Baum, wie auf der Karte. Der baufällige Turm sollte dann auch nicht weit sein. Ah, der krumme Baum. Okay, dann muss ich also da lang. That way, okay. Dann gehen wir zum that way. Ich vermute mal, ich werde hier jetzt noch einige Kinder haben. Ich darf nur nicht zu weit abkommen. Schön auf dem Weg bleiben. Aber hier gabelt sich alles so. Das ist richtig übel. Da ist Merlins Prüfung. Das ist, glaube ich, die Prüfung, die ich... Die ich ursprünglich nicht geschafft hatte, oder? Oder kann ich die auch noch schnell mitnehmen? Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ach komm, die nehmen wir gleich mit. Die nehmen wir gleich... Ja, mal den Kraut, genau. So, da haben wir die Nummer 1. Jetzt weiß ich nicht, wo ich die Nummer 2 und 3 finde. Ich gehe mal hier rauf. 1 Seht ihr das? Hier da unten sind Blutegel. Die brauche ich jetzt nicht dafür. Hä? Der baufällige Turm. Der markierte Ort müsste jetzt südlich von hier liegen. Ja, okay. Ich habe jetzt den... Ach, da ist der baufällige Turm. Wartet mal, ich habe aber immer noch nicht die... Bein gesehen. Ich sehe nur das eine. Das hat schon bessere Tage erlebt. Ach, da oben. Okay. Alles klar. Da ist die zweite. Und wo ist das dritte? Reveilio. 1, 2... Ja, und die 3. Wartet mal, hier ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Nehme ich mir mal erstmal... ...wieder etwas zum Identifizieren. Das gibt es doch nicht. So, jetzt gucke ich mich mal von oben um. Reveilio. Eins. Ich sehe irgendwie das dritte nicht. Könnt ihr das sehen, Leute? Meine Lieben. Ach, da. Okay, ah, das Problem ist ja... Boah, ich komme doch da niemals hin. Glaube ich. Also, ich nicht. Ihr schon. Ich nicht. Also. Reveilio. Da oben. Das, 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 das klappt doch niemals von hier. Komm, Ringo. Alter Schwede. Okay, das ist der kürzeste. Boah, ich hänge. Verdammt. Scheiße. Wartet. Reiten, rennen, 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 rennen. Zweifellos schon lange verlassen. Komm, Ringo. Und wo war jetzt das vierte da? Nein. Hat nicht geklappt, oder? Ne, ich war zu langsam. Okay, wartet. Okay, nochmal. Komm, Ringo. Komm, Ringo. So, jetzt müsste ja die Prüfung eigentlich von der Karte weg sein, richtig? Hier ist noch eine. Achso, das ist die, an der ich vorhin vorbeigelaufen bin, glaube ich. Ich meinte, die mache ich jetzt nicht. Okay, super. Aber, oh Gott, jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Also. Moment, wo ist das? Der Bau ist hier. Richtig? Und jetzt, was hatte sie gesagt? Ich hoffe, ich laufe jetzt richtig. Oh Gott, ist hier viel los. Ich bin hier. Danke. Das war's für heute. Ja, das kann man so machen. Gut, dann habe ich die schon mal ausgemerzt. Oh, Flohflamme. Erstmal aktivieren, dann habe ich wieder einen Wegpunkt. Ruinen von Korro. Alles klar. Wirf einem treu die Keule ins Gesicht, entwaffne einen Gegner, halte zwei Gegner in der Luft. Okay. Ich gebe mein Bestes. Okay, okay, okay. Das war wohl... Ja, gut, das war jetzt Gegner entwaffnen. Au, scheiße. Ja, 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 ja. Phil ist so. Au. Au, scheiße. Au, Mann. Oh Gott, ich kann gar nicht so schnell reagieren. Ich krieg dich. Meine Güte, was war das denn jetzt? Dem habe ich gar nicht gerechnet. Reveilio. Oh, hier sind ganz viele Kisten und so. Sehr schön. Aber irgendwie habe ich... Wartet mal, ich habe irgendwie auch die falschen Zauber, habe ich so das Gefühl. Ein Moment, also. Was nehme ich denn? Also, ich nehme den. Den. Dann nehme ich den. Und den, würde ich sagen. Hm, vielleicht habe ich oben in der Burg mehr Glück. In welcher Burg? Bist du denn verrückt? Was war das denn? Reveilio. Ist das etwa jetzt ein Troll? Sieht nach Ärger aus. Also, ich meine so ein Kobold? Groß. Alter Schwede. Ich denke ja nicht daran, mich unsichtbar zu machen, Leute. Na, ich. Was war das denn jetzt? Wow. Ach, leck um mir, ey. Scheiße, den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Oh, ey. Oh, leck um mir, ey. Oh, ey. Oh, das sind noch so viele. Aber wenn du nicht so viel isst, schaffst du tatsächlich mehr. Eine große Mahlzeit macht dich lang. Nicht relax. Wo? Ich sehe keiner. Eine Leiter. Die brauche ich. Ah, okay. Aber erst mal einsammeln. Moment. Du bist wie ein Glumpumbild, den ich verkritten. Reveilio. Erst mal umsehen. Da oben ist noch eine Kiste. Mega-Power-Trunk, okay. Gott, bin ich wieder aufgeregt jetzt. Ja. Das bedeutet Ärger. Und ich bin ganz allein. Ja, ja, ja. Du sagst es, Baby. Du sagst es. Aber ich muss da rauf, ne? Ja. Da ist jemand. Okay. Das hat doch ganz gut funktioniert. Reveilio. Scheiße. Nee, lass ich nicht. Hast du was im Einsammel? Nein. Hat er nicht. Oh. Truhe. Ach, Kerzen. Okay, wunderbar. Sehr schön. Reveilio. Okay. Okay. Äh. Oh Gott, ich trau mich nicht, ne? Das ist so übel. Dahinter ist was. Komm ich da rauf irgendwie? Nee. Ich muss jetzt da durch, oder? Oder komm ich da rüber? Hm. Was war das denn jetzt? Nein, nicht du. Wow. Scheiße. Okay. Okay. Oh, ich bin runtergefallen. Wow. Was war das denn jetzt? Moment. Ich hab die Bar wieder... Ah, ich komm da nicht ran. Scheiße. Endlich. Endlich hat sie... Was hier will passiert ist. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Puh. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste, die ich bewegen kann. Oh mein Gott, was für eine Musik, Leute. Oh mein Gott, was für eine Musik, Leute. Irgendwas kann ich mit der Kiste machen, ja? Der Zauberei wird sich uns ätzend ergeben müssen. Okay. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, was stand da? Ruinen von Coral. Okay. Aber was hat es jetzt hier mit der Kiste noch auf sich? Wer will es auch so? Wer will es auch so? Wie einen Filfeinhopp wie den, den meine Mutter getroffen hat. Pese. Wer will es auch so? Verwartenköpfe! Wer will es auch so? Äh, ach so. Ach, das ist doch, wartet mal, das ist doch der falsche Zauber. Ich, Depp. Ähm. Genau, nehmen wir mal den da wahrscheinlich. Genau, jetzt kann ich die bewegen. Aber wohin? Das ist eine gute Frage, ne? Scheiße. So, Momento. Ähm. Manchmal besteht ein Gefängnis nur aus Mauern. Ja, ich weiß. Oh. Komm ich da rauf? Komm ich. Wie cool ist das denn? Ich hab den Helm nicht angefasst. Aber danke, dass du als erstes nicht verdächtig bist. Kein Problem. Kein Problem. Kampftroll. Ach, lecko mir. Ich sollte mal nochmal speichern, glaube ich. Ha. Ähm. Einmal speichern. So, jetzt ist wieder Taktik hier angesagt, würde ich sagen. Weil. Der Garantiter wieder so Dinge schmeißt, ne? Nebioso. Ach. Na, das ist ja wohl gar nichts. Oh, Scheiße. Ah. Na, warte, warte, warte. Ich dann. Oh, Shit. Jetzt bin ich genau in seine Kampfarena gegangen hier. Ich brauche erst mal hier ein bisschen. Scheiße. Dieses Lager gefällt mir gar nicht. Ne, mir auch nicht. Befindung. Ja, das hat ja so gut funktioniert. Befindung. Oha. Vergiss es. Au. Scheiße. Jetzt hat er mich erwischt. Na, komm, komm. Das hättest du dir so gedacht, ne? Ich fahre ja aus. Hinde. Ja, der war gut. Ah, nice. Ah, ich hab's geschafft, Leute. Und Rollpope, willkommen. Sehr gut. So, jetzt muss ich irgendwie wieder raus hier. Ja, super. Einen Moment. Einen Moment. Ich muss wieder... Einen... Den da. Den da. Wo mach ich denn jetzt hin am besten? Dahin, ne? Oder so? Oh, Truhe. Fast übersehen. Einlästiger Mensch weniger. Ja, das hättest du dir so gedacht, ne? Aber zu geil hier gemacht, auf jeden Fall. So, wo war jetzt hier noch ein Troll? So, wo war jetzt hier noch ein Troll? Ich muss auf jeden Fall... Da rein, ne? Okay, meine Lieben, aber das mach ich dann mit euch in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es hat auf jeden Fall richtig viel Bock gebracht. Ich glaub, ich mach das hier... Nicht der beste Ort, so ganz ohne Begleitung. Ja, aber ich schaff das schon. Irgendwie werde ich das schon schaffen. Meine Lieben, macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Bye. Nicht besonders. Bye. Was war das denn jetzt? Wo kam der denn her? Ich wollte doch Schluss machen. Gut, also. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal. Bye.